56 Ja Ich hab grad gefunden Ja ich hab das andere FR 556 hab ich gut gefunden zum schluss zum spülen mit Stummgewehre muss ich sagen Ich spült weiterhin meine LMG und meine Lieblings-MP Die hab ich in Multiplayer eh am besten gefunden wenn ich mich nicht täusche Den Himmel beobachten Ist das jetzt die Ur-Six-Tun-Map schauen oder? Nur halt der kleiner Bereich davon jetzt Gell Ja Ja Das ist was ich dann Und da ist nur die Base wo man der umrundete Bereich mit dem Atomkraftwerk und so nähert sich Alle Einheiten haben grünes Licht Bereit machen für einen Einsatz Da haben wir jetzt keinen Paketenverlust Da haben wir jetzt keinen Paketenverlust Ich brauch den Vogel in drei Minuten zum Wiesen vor die Nacht Ja Da seid ihr Aber ich muss endlich mal meinen Operator ändern im Warsch und ich hab immer noch die Standardsteise eingestellt Ich vergiss das immer Erinner mich noch da ohne Das lässt sich nicht mehr geben Was da unten auf euch auf Was da unten auf euch auf Wir sehen doch wieder den Schritt halt Dann Wir sehen doch wieder den Schritt halt Wieder Auferstehung Jetzt haben wir leider zu zweit. In einem Vierermodus wieder zu zweit. Das ist so lehrlich, oder? Ja, ich weiß, habe ich schon gesehen. Ha, gedaunt. Das ist ein Arschloch, Alter. Jetzt sind sie zu dritt wieder da. Der eine halt in Hochwald. Ich habe ihn nicht einmal in Kiel bekommen. Wir sind aber zu viert, das zeigt es leider nicht an. In der Punkteübersicht sind vier Leute angezeigt bei uns. Warte einmal, ich schaue mal, ob ich zu wem changen kann. Ja, genau, wir sollen eh violiert. Das sagt, dieser wird an den Donnerstrecks gehen. Es ist so verpackt. Wenn ich zu den anderen switche, ziehe ich den Erche und den Johnny Walker. In der Listen links. So wie bei uns auch in Klirn und in Gorib. Das muss man auch noch verstehen, das Spott. Mit dieser Steißschotgun, älter, ist das Wahnsinn. Leute, je viele sind noch mal erbruchten wie die sonst. Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gesichert. Oh, jawohl. Gut, dass hier ein Bier aufgehört hat. Einer hat es in die Sicherheitszone geschafft. Einer von dem Fliegen lebt, aber leider noch, weil wir jetzt eine 3-Ausgift bekommen. Oder zwar. Eine Ausrüstungslieferung näher fliegt. Panzerung abgelegt. Wir haben hier eine aktive Feldaufrüstung. Was ist das? Was ist das? Alter, ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, was ich kann. Das Gas kommt näher! Sicher, die Zone wird verlegt! Feind Aktivität! Schutzverkauf aktiv! Reise an der Vorratsstation gesenkt! 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 Die kommt da oben, Mama! Bei dir! Druck mit den ist wieder in Position! Gute Arbeit! Reise an der Vorratsstation! Reise an der Vorratsstation! Reise an der Vorratsstation! Oh, ich bin da und er ist da an einem Fenster! Feind Aktivität! Ja, das hat nie mit! Schaut gleich wieder zu, Alter! haben wir es probiert halt einmal die runde ist ja wurscht zwei fucking keels halt an die hätten wieder an zwei keels hab ich nicht gekriegt weil die wieder auf wieder belebt worden sind bei unserer team jetzt einfach nicht buschen er hätte ruhig buschen können den an getaun egal langsam ist eben nach oben der typ halt jetzt genau fahrt da mit dem lief nach oben anstatt dass er attackiert flüchtet alter was ist das für eine kotze wie kann man das so spielen das war gegner der buschen die über und auf dem gegner oben verstärkung hat ja habe ich gerade mitkriegt und das war der eigene den ich abgeschossen war noch das ist so lächerlich der ist ans unter mir in dem stockwerk und die checks wieder nicht weil du hast ja nichts die gegner der hund hat schon die nette an wieder aufgestellung wurde deaktiviert das ist das endspiel nicht nicht die 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 Gute Arbeit! Bombendrohne eingesetzt! Mann, nicht der Jans vom Staat hier. Untertreffer auf See. 1-1, fordere Aufklärung an! Verstarkter, Drohne Sonderabstand, kreist Übereinsatzgebiet. Verliert den Boden, Bewegung! Achtung, es sind noch Truppmitglieder außerhalb der Sicherheitszone. Ein Truppmitglied wurde als meistgesuchtes Ziel markiert. Führte feinde und sichere Vorratslage, um das Kopfgeld von ihm zu nehmen. Verbündete Vorratsstation eingesetzt. Führte feinde. Mobile Vorratsstation bereit! Mobile Vorratsstation bereit! Führte feinde. Dann reinklang! Führte ein. Ich will noch einen scheiß Sondergleichen zu haben, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen wie den Zeug der Doktor. Und den bis jetzt von 1 in Kiel, Alter. Ach, schau mich. Du bist mit meiner Waffe, der Hundling. Na, passt, passt. Das Looten ist immer noch schlecht. Ah, ich bin zufrieden am Boden, Alter. Achtung, macht er noch nicht sicher. Nur noch 25 übrig, weiter so. Das Gas breitet sich aus. Links ist nur eine Glavüre. Achtung. Den wiederbeleben geht sich aus, gell. Knopf, knopf, knopf. Laufen, laufen. Schöne, schöne, schöne. Hä, wie habt ihr mich einer gekauft, oder was? Da läuft es ziemlich müh. Ma, Alter, du landest und stirbst natürlich wieder. Ich bin ja schon oben beim Dach beschlossen worden. Das kann ich nichts mehr dagegen tun, Alter. Schau, wie der Hund nicht einmal trifft, obwohl ich neben ihm stehe. Ich will er halten. Er ist sechs verblutzt, fast ey. War schon mal schlimmer. Aber da habe ich nichts tun können, Alter. Oben beschossen, runterpupft, im nächsten Schluss eine Blut. Die unten 0 Kilo.